Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battle for Essence unterwegs. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wo wir eine bestimmte Kiste finden, und zwar ist es die verwitterte Schatztruhe. Und uns zeigen uns diverse Addons das falsch an, und zwar war die anscheinend ursprünglich hier oben, und Blizzard hat die Kiste umgesetzt, und zwar ist die jetzt hier unten auf der Insel, und zwar nicht irgendwo auf der Insel, sondern in einer Höhle. Und ich bin jetzt, glaube ich, hier 10 Minuten rumgelaufen, hab sie nicht gefunden, und dachte mir, jetzt wo ich sie gefunden hab, und mich ein bisschen aufgeregt hab, wie kacke die versteckt ist, will ich euch das mal zeigen. Also wir sind jetzt hier von der Seite hochgelaufen, hier einmal hoch, ne? Und dann laufen wir hier rum, hier hoch, ihr müsst da ein bisschen rumzahlen, das ist teilweise ein bisschen blödes Gelände, dann hier hoch, dann hier rum, und ihr seht den Baum hier, da springen wir quasi rein, in den Baum, und im Baum ist eine Höhle drin, und dann sind da auch Gegner, und jetzt werden wir hier einmal durchsprinten, ihr seht, jetzt haben wir eine Map quasi, und dann müsst ihr quasi, es gibt zwei Eingänge, es gibt hier einen südlichen und einen nördlichen Eingang quasi, und dann ist hier unten drin diese blöde Kiste. Wir werden jetzt hier einmal die Mobs desorientieren, sie aufmachen, und ich werde nochmal rauslaufen, dass ihr seht, wo wir reingelaufen sind, also, oh, ich hab mich einmal jetzt erzählt, also wirklich von oben quasi, von Norden bin ich reingelaufen, und dann, wenn ihr diese Bäume quasi seht, hier, die hier davor sind, also ihr könnt den Eingang von unten nicht sehen, wo er ist, ähm, müsst ihr quasi hier bei dem Strandabschnitt euch hier langsam hochschlängeln, hier hochlaufen, und dann in die Bäume reinfallen lassen, und könnt dementsprechend so die Kiste kriegen, das ist jetzt die vorletzte, die mir fehlt, eine brauche ich noch, und ja, Dana ist abgeschlossen, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen die Sucherei ersparen, ich bin, glaube ich, hier 15 Minuten um diese komische Insel rumgekreisen, hab gesucht, wo die Kiste ist, jetzt wisst ihr's, ich hoffe, ich konnte euch helfen, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!